Und jetzt bewahrheitet sich, haben wir richtig gerechnet, haben wir die Zusammenstellung richtig zusammengewirkt. Es schaut so aus, als wenn alles passieren würde. Es hat jetzt geknallt, aber es ist alles in Ordnung. Keiner ist zu Schaden gekommen. Gunnar hat die ganze Sache total im Griff. Also keine Sorge. Und wie ihr seht, ist alles in Form gebracht. Und so haben wir ein Stückchen Bronze entstehen lassen. Okay. Okay. Vielen Dank.